Auch wenn die Konjunktur etwas schwächelt zurzeit, Arbeit gibt es genug in Deutschland. Die Frage ist nur, für wen und zu welchen Bedingungen? Ich habe einen Job, der ist im sozialen Bereich, da ist auch mal Schichtdienst angesagt und dann bin ich noch freiberuflich tätig im Medienbereich. Und es ist vor allem die Arbeitszeit, die Schwierigkeiten bereitet und dann kommt noch was Drittes hinzu, wenn man eine Beziehung hat und die auch noch mit einbauen möchte. Das macht die Sache nicht leichter. Es kommt auch mal vor, dass ich einen Job habe jetzt, sag ich mal, in meinem sozialen Festangestelltenberuf, der beginnt morgens um 6 Uhr, endet dann um 14.30 Uhr und dann versuche ich mir den Tag irgendwie freizuhalten und da schon irgendwie Feierabend zu machen. Das gelingt aber nicht immer. Also gerade wenn du im Medienbereich arbeitest und es läuft ein Projekt und das muss einfach fertig werden, dann kann es schon mal passieren, dass ich da nochmal dann 6, 7 Stunden ran muss. Und das sind dann schon sehr lange Tage und das ist dann schon sehr anstrengend. Wie Markus haben über 3 Millionen Menschen hierzulande mehr als einen Job. Sie sind im Hauptberuf Gärtnerinnen oder Köche, arbeiten wie Markus in den Medien, im Einzelhandel oder in einem Sicherheitsdienst. Und im Nebenberuf wird dann noch Taxi gefahren, im Café bedient, geputzt. Selten ist Spaß an der Arbeit der Grund für zwei oder mehr Jobs. Ein Portfolio-Motiv nennen das die Arbeitsforscher dann, wenn etwa der Uni-Professor noch als Berater in der Wirtschaft arbeitet oder der Fabrikarbeiter abends Konzerte mit seiner Rockband gibt. Meistens sind es aber finanzielle Gründe, wenn Menschen nach Feierabend oder zwischendrin einen zweiten Job ausüben. Dem VdK macht Sorgen, dass viele Menschen extrem belastet sind, extrem viel arbeiten und eben wegen der schlechten Bezahlung trotzdem am Ende nicht genug haben, wenn sie alt sind. Und wenn man einmal in Rente ist, hat man natürlich auch keine Möglichkeit mehr, sich ein Einkommen zu erwirtschaften, wenn man nicht in der Lage ist, gesundheitlich beispielsweise zu putzen oder Supermarktregale einzuräumen. Und deswegen sagen wir, nur durch gerechte Löhne und einen guten Arbeitsmarkt kann auch später eine gute Rente erwirtschaftet werden. Und nur durch das Versprechen, dass die gesetzliche Altersvorsorge das Fundament ist im Alter, werden wir auch ein Vertrauen in den Sozialstaat stärken. Das Geld aus einem Beruf reicht oft nicht fürs Leben. Deshalb kombiniert etwa Markus seinen Teilzeitsjob mit seiner freiberuflichen Arbeit. Andere bessern ihr Gehalt aus einer schlecht bezahlten Vollzeittätigkeit durch einen Minijob auf. So kommt Mann oder Frau gerade so über die Runden. Heute, vielleicht auch morgen noch. Für die Rentenansprüche sieht es aber düster aus. Also wenn ich jetzt so auf meine spätere Rente gucke, dann sind die Aussichten nach meinem derzeitigen Arbeitsmodell alles andere als rosig. Zum einen habe ich diese halbe Stelle im sozialen Bereich. Da wird ja ohnehin nicht so viel bezahlt an Lohn. Die Gehälter sind da nicht so hoch. Und das reicht für gar kein Fall, so viel zurückzulegen oder so viel in die Rentenversicherung einzuzahlen, in die gesetzliche, dass da später so viel dabei heraus springt, dass ich davon leben kann. Ich habe da noch meine zweite Standbein als Selbstständiger. Aber auch da reicht es eben nicht aus, so viel wirklich auf die Seite zu legen, dass man sagt, okay, man kann da privat noch einiges ansparen. Also wie ich das dann machen werde, wenn ich mal wirklich so weit bin, wenn ich alt bin, ich weiß es nicht. Anfang des Jahrtausends wurden für Minijobs Anreize geschaffen. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fallen für den Arbeitnehmer meist nicht an. Auch von der Beitragspflicht für die Rentenversicherung kann er sich befreien lassen. Für den Sozialverband VdK ist das der falsche Weg, weil er direkt in die Altersarmut führt. Gefördert werden müssen nach Ansicht des Verbandes stattdessen sozialversicherungspflichtige Jobs. Und wer sein Leben lang arbeitet und trotzdem wenig verdient, muss später wenigstens eine Grundrente erhalten, die über Steuermittel finanziert wird. Denn Altersarmut nach einem Leben voller Arbeit darf es einfach nicht geben. Wichtig ist natürlich vor allem, dass wir einen guten Arbeitsmarkt haben. Sprich, es müssen gute Löhne gezahlt werden. Wir brauchen eben einen sicheren Arbeitsmarkt, der vor allem auch mit sicheren und guten Bildungschancen zusammenhängt. Und genau die Chancengleichheit ist eine wichtige Forderung für uns. Chancengleichheit bedeutet, dass eben alle Menschen in Deutschland die Möglichkeit haben, eben auch zu arbeiten, sich einzubringen, aber damit auch ein Versprechen verbunden ist auf eben eine sichere Rente und Teilhabe im Alter. Wichtig ist mir natürlich auch, dass Menschen, die erwerbsgemündert sind, eben nicht wegen ihrer Erwerbsminderungsrente in Armut leben, sondern dass die Abschläge von 10,8 Prozent wegfallen. Und entscheidend ist natürlich auch, dass man sich über die Finanzierung von einem Rentenversicherungssystem Gedanken macht. Sprich, inwieweit ist auch eine verfassungskonforme Vermögenssteuer oder auch eine Erbschaftssteuer einzuführen in Deutschland, um die Rente zu finanzieren. Musik 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 Musik